Hey! Und willkommen zu einer weiteren Folge Lethal Leaguer. Schon wieder mit Zombie. Der Startspiel spielt von dem Ball ist jetzt schneller. Was? Warum? Oh Gott! LOL! Hä? Wie ich noch getroffen habe? Ja! Ja! Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, dann guckt einfach die vorherige Folge, dann versteht ihr das. Ja! Hör da oben! Oh ja! Aua! Ah nee! Das ist die Haut! Ja! Das ist wie im letzten Part. Das war geil. Oh nein! Ja! 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 Wollen wir mal weggetreten! Aua! Warum sterbe ich die ganze Zeit? Weil ich geübt habe! Nee, wir haben beide nicht mehr gespielt, soweit ich weiß. Alter! Ja! Nein! Ja! 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 Geil! 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 Take that! Ha! Ich hab doch geschlafen! Ja! Oh nee! Ich bin auch keinem an dem Part gestorben! Oh Gott! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Aaaaah! Wie schnell du weggeflogen bist! Ja! Wie schnell du weggeflogen bist! Meine Hände sind jetzt schon schwitzig! Warum? ZACK! FLASH! Aua! Ich kann Ball nicht mehr treffen! Ich brauch ne Brille! Ich dachte schon, ich sterb! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Aaaaah! Ey, hör doch auf damit! Nein! Du hast mich schon öfter weggeschlagen in dem Part! Nee! Doch! Aaaaah! Ich schau einfach direkt aus der Map! Nice! Hä? Was war das denn für'n Schlag? Wie er jetzt aufholt! Komm schon, komm schon! Ich hab vielleicht einen neuen Trick gelernt! Welchen? Oh! Den werde ich erst testen, bevor ich ihn dir verrate! Sonst setzt du ihn gegen mich ein! Also, du wirst ihn wahrscheinlich eh dann gegen mich einsetzen! Ah! Ja natürlich! Dann fragt ihr mir doch jetzt! Er hat eh nicht geklappt! Spam oder was? Aua! Nee, man kann schon mal den Ball banden, während der andere den so auflegt den Schlag! Nicht so! Wer hat den auflädt! Aaaaah! Hahahaha! Hahahaha! Oh man! Gut gemacht! Danke! Tailed that! Hahaha! Hahaha! Ja geil! Ey, das ist doch wieder so'n Spiel wie, äh, Nidhogg, wo man nur irgendwelche Geräusche macht! Alter! Ja! Oh Gott! Oh nein! Mann, der ist schnell! Hahahaha! 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 Oh man! Ich hab mich gar nicht dran beteiligt! Hahahaha! Du hast ihn gefangen am Ende! Oh Gott sei Dank! Hahahaha! 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 Du hast ganz schön schnell weg! Ich glaub du kriegst den Speed vorm Ball am Ende! Hahahaha! Hahahaha! Wie du noch gewonnen hast! Ey! Oh man! Oh man! Oh man! Ich lad das, äh, ganz übrigens in, 2k hoch! Also guckt es euch auch in 2k an! Wow! Sonst werdet ihr sterben! Aha! Hahahaha! Coole Musik! Jupp jupp! Jupp jupp! Oh wie ihr mich fast damit gekillt hast! Jupp 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 jupp! Hahahaha! 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 Take this! Oh! What the fuck! Du bist ausgewischen! Und ich hab den einfach nochmal in deine Richtung geklatscht! TEN! Oh! What the fuck! Du bist ausgewischen! Und ich hab den einfach nochmal in deine Richtung geklatscht! Damit wolltest du mich pranken, ne? Boah! War das gemein, ey! Diese Ulti! Aaah! Oh man! Ich wollte den Banden! Ja! Haha! Der war ja so unfair, Mann! Jetzt aber! Wahuuuuu! Jetzt bist du tot Ich bin der Mann mit dem Regenschirm in der Hand Hä, ist ein Gehstock Hier ist ein Regenschirm Hier, hier, hier Oh Gott Nein, wie ich noch ausgewischen bin Diese scheiß Ulti Ja klar, ey Wenn der so schnell ist Ich habe letztes Mal extra den Baseball-Jungen genommen Weil der seine Ulti nicht aus Versehen einsetzt Mit dem setze ich die die ganze Zeit aus Versehen ein Ach so Und die Ulti nervt mich irgendwie auch Du meinst jetzt gerade den hier Ja, die Ulti von dem nervt mich Genau deswegen Ich schalte ihn dazu Oh Mann Oh nein Oh Gott, da wollte ich eh nicht hoch springen Ja, das wäre auch Ach du Scheiße Ja Oh Gott Scheiße Ja Wir haben mehr als im letzten Video Ja Wir schaffen's Warte, ich mach, ich mach In den Schrauen Es ist schwe- Ja, wir haben eine Million Aaaaaahhh Ja, wir haben das höchste ever bekommen, Leute Nice Oh Ja Der war zu schnell Genau Trotz dieser nervigen Ulti, okay Ja Oh, der bin hier perfekt hingesprungen Oh Das war knapp Warum stellst du dich hier rein? Aua Was sollte das? Mag ich nicht Deswegen lasse ich mich umbringen Oh nein Oh Gott Ja, wie ich den direkt wieder nehmen konnte Oh Gott Ja Huck Alter, was war das denn? Oh 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 nein Ja Oh oh Jetzt bist du tot Beweg dich doch Oh Gott Ja Das war zu gefährlich für dich Kamehameha Kamehameha Oh Gott Kamehameha Oh nein, 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 nein Kamehameha Ey, ich bin noch hochgesprungen Der fliegt so schnell hin und her Oh Gott Der war krass Oh Ja Ich kenne das Ey, was war das denn? Besonders zweimal nacheinander Der selbe Fehler Alter Oh Mann Was war das? Sanada Sanada Start the game Start the game Ja, wüsste Freefall Ah, die Musik hier ist cool Die Musik hier Playboy Hahaha Wirst du verstanden? Oh Gott Oh, die ist auch so schwer Stimmt Oh Gott Oh Gott Ja Toll, ich hab zu spät geh Ja, nice Gehammert 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 Gehammertimed Wie ich einfach nicht getroffen habe Ja Ja, die Ulti Wie nice Ich check die Ulti nicht mal Der Ball pottet sich nach vorne Das war's Ha Breakdown Oh Gott Viel Spaß damit Oh Gott Dadurch kann man ihn ja gar nicht mehr berechnen Krass Eigentlich bin ich Boah Das war richtig krass Ja, war ein bisschen verängstigend Oh Gott, hör auf damit Warum haben wir solche Duelle die ganze Zeit gerade? Oh Oh Gott Ja Boah Ich kann den lenken Ich kann den lenken Ich hab nämlich noch nach rechts gedrückt Wie wolltest du ausprobieren? Krass Break it down Oh nein Ah scheiße Aber warum kannst du den lenken? Ich hab auch eine Fähigkeit zum lenken Aber du kannst dreimal lenken Weil deiner Schwerer zum Lenksteuern ist? Vielleicht, ja Als Belohnung Oh Gott Ah Ah Ey, die schönsten Geräusche immer noch in den Aufnahmen Break it down Oh Hä Der ist auf einmal woanders hingekommen Was war das denn? Ich dachte, der fliegt immer gleich Der prallt auch an allen möglichen Ecken und Bänden Oh scheiße Das war schön Ja genau So schlecht ey Richtig schlechte Oh ja Hier Oh fuck Au Komm doch her Boah Was war das denn? Boah Alter Wie den gekriegt hast Und ich fast dran gestorben wäre Nein Oh der war so eklig Voll in dein Gesicht Ist das eklig Oh Gott Fuck Easy Ja genau Ja genau Gigi Ich bin es für den nächsten Mal wieder Tschüss Tschüss Ja Aber 25 Ah!